Trabi & Friends hat schon wieder die nächste Veranstaltung hier in Planung. Am 1. und 2.6. da ist in der alten Post in Merane, in der Poststraße, eine Ausstellung zu finden. Und wir werden dort Dinge zeigen, die mit Trabant und Co. zusammenhängen und unsere Freunde auch wieder dazu einladen, uns zu unterstützen. Und wir haben eine Menge Fahrzeuge mit, alle aus Meraner Produktion, also die Karosserien stammen von dort. Und wir werden auch Trabis mithaben, fünf Stück an der Zahl, mit denen wir Rundfahrten machen zu den alten Produktionsstätten der Karosseriewerke. Und wir haben sogar Tablets mit, auf denen man sich alte Filme und alte Luftbildaufnahmen dann ansehen kann. Also es wird eine sehr spannende Tour, das Wochenende am 1. und 2.6. in Merane. Und dort ist nämlich die 850-Jahr-Feier in Gange, sodass die Stadt hier feiert. Und wir als Intertrab sind mit von der Partie und werden hier über diese traditionsreiche Geschichte der Karosseriewerke Merane hier berichten. Und da freuen wir uns schon ganz stark auf ganz viele Besucherinnen und Besucher. Und wir sehen uns in Merane, 1.2.6.